Wir sind Klimabündnisgemeinde. Diese Tafel kennen Sie wahrscheinlich. Aber wissen Sie, was dahinter steckt? Gemeinden und Städte auf der einen Seite, indigene Völker im Amazonas-Regenwald auf der anderen. Zehntausend Kilometer liegen zwischen ihnen. Sie sind in unterschiedlichen Kulturen zu Hause. Trotzdem verbindet sie seit 1993 eine einzigartige Partnerschaft. Wie kam es dazu? Bei uns in Europa sind die Treibhausgase seit dem Beginn der Industrialisierung in der Atmosphäre ständig gestiegen. Unser Wirtschaftssystem und Konsumverhalten verschärfen die Klimakrise. Durch unsere ungebremste Gier nach Wachstum und Ressourcen stossen wir immer öfter an ökologische, soziale und wirtschaftliche Grenzen. Am Beispiel der Zerstörung des Regenwaldes und der damit einhergehenden Gefährdung intakter Lebensräume wird die Missachtung und Überschreitung dieser Grenzen spürbar. Die Verbrennung von Erdöl, Kohle und Gas ist die Hauptursache für den Anstieg der Treibhausgase. Rund ein Fünftel entsteht allein durch Entwaldung und Schädigung von Wäldern. Global denken, lokal handeln – das ist die Idee des Klimabündnis. Gemeinden und Städte setzen vor Ort Klimaschutzmaßnahmen um und unterstützen indigene Völker in Amazonien beim Schutz des Regenwaldes. Indigene Völker leben seit tausenden Jahren im Amazonas-Regenwald, ohne ihn zu zerstören. Die Partner der Klimabündnisgemeinden in Österreich sind indigene Völker am Rio Negro in Brasilien. Sie haben sich zur Vorirren zusammengeschlossen, dem Dachverband der indigenen Organisationen am Rio Negro. Gemeinsam ist es gelungen, eines der größten zusammenhängenden Regenwaldschutzgebiete der Welt zu schaffen. Es ist 1,6 Mal so groß wie Österreich. Das Klimabündnis engagiert sich in mehr als 25 Ländern Europas für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. In Österreich ist jede zweite Gemeinde Mitglied im Klimabündnis. Gemeinsam mit Bildungseinrichtungen und Betrieben bilden sie das grösste Klimaschutznetzwerk. Beim Klimaschutz sitzen wir alle in einem Boot. Wir alle im Klimabündnis haben ein gemeinsames Ziel. Klimaschutz geht nur gemeinsam. BEM Viver Ein gutes Leben für alle www.klimabündnis.at T Untertitelung des ZDF, 2020